Was für ein Himmel und was für ein Rauschen! Ich bin Markus Bauer, ich bin Romantiker und ich zeige euch jetzt, wie ihr aus diesem unbrauchbaren Schnappschuss eine romantische Erinnerung baut mit Denoise Projects Professional. Ihr öffnet das Programm und ladet euer Wunschbild einfach ein. Ihr seht, Denoise Projects Professional analysiert eure Ausgangsdatei und wählt den Entrauschungsalgorithmus, der am besten zu eurem Bild passt. Sieht schon viel besser aus, mir reicht das Ergebnis aber noch nicht. Ich wechsle noch in den Expertenmodus und möchte noch einige Tuningmaßnahmen durchführen. Zum Beispiel kann dieses Bild deutlich mehr Kontrast vertragen. Wir geben beim Kontrast noch ordentlich Gas und schon werden die Details besser rausgearbeitet. Aber nicht nur die Details sind jetzt stärker, sondern auch diese Farbschattierungen hier unten. Denen rücken wir zu Leibe, indem wir zum Beispiel die Weichzeichnung aktivieren und schon sind die Farbzeichnungen verschwunden. Weil jetzt der Kontrast auch ein bisschen runtergegangen ist, geben wir beim Kontrast noch ein bisschen Gas. Schon haben wir ein Bild, das so aussieht wie die Situation, die ich in Erinnerung habe. So ist das Bild jetzt. Die rechte Maustaste zeigt das Bild vorher. Also mein Tipp für den nächsten Sonnenuntergang, Denoise Projects Professional verwenden, zurücklehnen und an die wirklich schönen Momente im Leben denken.